Auch ein wunderbares Klassikbruch. Bereits seit 20 Jahren gibt es hier am Karlsplatz 1 einen Juwelier. Vor 15 Jahren hat Axel Fischer das Geschäft übernommen und ihm den Namen Chrono Passion gegeben. Der Inhaber ist seit langen Jahren Kunde bei der Stadtsparkasse München und macht nun auch mit bei München Vorteil, dem Cashback-Programm der Bank unserer Stadt. Ja, weil ich einfach schön finde, dass auch die Stadtsparkasse sich bemüht, hier lokalen, regionalen Händlern zusätzliche Werbemöglichkeiten zu offerieren. Ist ein bisschen gestaffelt, zwischen 5 und 10 Prozent Nachlass gibt es. Und das ist natürlich bei der Höhe der Beträge bei uns schon relativ viel. Shoppen und dabei profitieren. Geld zurück ist einfach. Dafür steht München Vorteil. Man muss nur mit der Sparkassencard bei den mittlerweile über 600 Händlern bezahlen. Dann gibt es zwischen 1 und 10 Prozent zurück. Es geht los von Sportgeschäften, Eisdielen, Dienstleistern. Also es ist eine ganz bunte Palette. Und wer sich da einen Überblick verschaffen möchte, kann auf der Internetseite von München Vorteil einfach mal einen Blick drauf werfen und sieht, wer daran teilnimmt. Und die Liste wächst täglich. Die erkennt man ganz einfach an einem Signier, das sie entweder am Eingang aufgeklebt haben oder an der Kasse. Und dann weiß ich sofort, wenn ich dort einkaufe, dann profitiere ich von dem Bonus und bekomme wieder einen Teil des Kaufpreises rückerstattet. Zu Krono Passion kommen hauptsächlich Stammkunden, aber auch München-Besucher, die über den Stachus bummeln. Außerdem gibt es das Sortiment von Axel Fischer auch über das Internet. Spezialisiert, wie der Name schon sagt, sind wir letztlich auf Uhren. Krono Passion, abgeleitet aus Krono Graf und Passion für Leidenschaft. Das ist unser Schwerpunkt. Aber wir bieten auch an Diamantschmuck und Trauring im Wesentlichen. Aber der Schwerpunkt liegt, wie gesagt, auf hochwertigen, exklusiven Luxus-Uhrenmarken, die jeder kennt von Rolex über Omega bis hin zu Cartier als Damenmarke. Aber wir haben auch schönere, kleinere, individuelle Marken aus Deutschland zum Beispiel, Union Glashütte oder Mühle Glashütte. Aber Uhr als solches im Luxussegment ist schon sehr markenspezifisch. Am Ende des Tages versuchen wir schon auch dem Kunden noch zu vermitteln, dass es eben auch in so einem Fachgeschäft noch professionelle, kompetente Beratung gibt, dass eine Identität da ist, eine Authentizität auch da ist über den Inhaber und den Mitarbeiter im Vergleich zu großen Filialbetrieben oder gar im Vergleich zum klassischen reinen Online-Handel. Da wollen wir uns schon abgrenzen. Und mit München-Vorteil ist der Einkauf hier bei Krono Passion in der City nun noch erheblich attraktiver.